zu einem weiteren Ründchen von der und ja, wir sind hier jetzt unterwegs auf Boomtown heißt die Map glaube ich, wieder ein Ründchen Hardpoint, CM wir gerade auch, die ersten 9% haben wir schon von unseren Titan, so komm, komm, ich weiß nicht ob die das noch ändern werden im fertigen Spiel, aber ich finde es sollten viel mehr Titans sein, denn das macht das Spiel eigentlich aus, dass hier viele Titans durch die Gegend rennen und ja, das macht halt auch Spaß damit dann zu spielen, denn was ich so gesehen habe, bis jetzt waren es immer nur wenige in einem ganzen Spiel, vielleicht mal so 2 oder höchstens 3, wie wir in der letzten Folge hatten, da hatten die Gegner 2 und ich 1 und das war halt bei Titanfall 1 deutlich mehr, Moment mal, da habe ich gerade was gesehen, so, contested, das heißt hier muss irgendwo einer sein, Ach, scheiße und dann steht einer da oben, so, schnell los hier, oh, da habe ich einen gesehen, komm doch mal raus, jawohl, sehr schön, ganz ehrlich, ich mag das Sturmgewehr hier, das ist voll geil, der schießt relativ präzise und macht gut Damage und schießt schnell und ist nice, aua, da wurde ich von hinten abgemurkst, so, 47%, ich weiß immer noch nicht, was, also wenn ihr es wisst, dann schreibt mal bitte in die Kommentare, was Amped heißt, ich glaube, das ist irgendwie verstärkt oder sowas, aber ich bin mir da ehrlich gesagt, selbst nicht so sicher, deswegen, wenn ihr es wisst, dann lasst es mich bitte auch wissen, lasst mich teilhaben an eurer Weisheit, boom, jawohl, alles klar, 69% haben wir, Warum geht die Zahl runter? Hä, die Zahl ist gerade runtergegangen bei meinen Titan, ich hatte 69% und dann ist sie runter auf 63% gegangen und jetzt ist sie wieder bei 67%, hä, was ist das denn? Okay, 82% haben wir jetzt, hä, warum ist die Zahl runtergegangen? Ne, so nicht, meine Freunde, okay, 86% haben wir und, äh, ja, nach drei Minuten jetzt mittlerweile, Alter, wie schnell die Zeit umgeht, als ob wir hier schon drei Minuten spielen, so, dann bin ich, okay, bin ich doch nicht ein bisschen schneller, wollte gerade meinen, äh, Grappling-Hook machen, aber irgendwie wollte das Spiel nicht, wie ich wollte, oh, da ist, da ist ja einer, oh, fuck, den hab ich überhaupt nicht gesehen, what the shit, ey, so, Mach mal hier, ähm, Weapons-Systems an, weiß man nicht, ob das über Zeit ist oder bis man stirbt oder, ich hab überhaupt keine Ahnung, äh, da fehlt halt ein bisschen die Erklärung, aber ist halt auch noch eine, äh, Beta, deshalb ist das alles schon in Ordnung, so, aua, pass mal auf, Nein, ich hab das Pirk gar nicht mit, dass ich an der Wand hängen bleiben kann, scheiße, da wollte ich was Gutes starten und dann geht das nicht, weil ich das Pirk nicht mit hab, ist dies ärgerlich, so, die Queuing, war das gerade einer von uns, nö, das war keiner von uns, und da rennt ihr eiskalt rein, so nicht, jawohl, Scotchy ist da, so, dir geht's jetzt an den Fragen, mein Freund, ey, nicht tun, mein Titan, aber, äh, die haben ja auch Autopilot, von daher, der wird jetzt auch allein, oder nicht, haben die nicht auch Autopilot? Ah, okay, jetzt. Ey, Nigga, komm her. Und da ist er, jawohl. Wie geht's denn so da oben? Okay, das ist irgendwie so ein, ähm, keine Ahnung, wie man das nennen soll. So, Damage in der Line, sag ich jetzt einfach mal. Waller hier mal einfach rein, okay, bringt nichts. So, jawohl, den hab ich. Jawohl. So, meine Freunde. Ich seh gerade, was ist das unten links? Gibt es so eine Ulti in dem Teil? Titan. 21% hat die jetzt. So, ich steig mal hier schnell aus, um hier mit einzunehmen, aber auch direkt ein Assist abgeklatscht hier. Cool. Okay, unser Titan hat gerade eingekillt. Find ich nice. Oh, contested. Okay, weg damit, easy. Ja, weg. Oh, gegnerische Titan. Uncool. Auf da. Jawohl. Hol raus den Shit. Und jetzt. Hä? Hat er mich da runtergeboxt, oder was? Oh, oh, ungünstig, ungünstig, ungünstig. Alles klar, easy. Ich seh auch gerade, mein Titan ist kaputt. Find ich ein bisschen schade. So, aber hier war auf jeden Fall richtig hard Party gerade. Ich hab auch schon wieder 61% von meinen Titan. Hä, 57? Warum geht das runter? To call out battery on... Hä? Was hab ich jetzt gemacht? Ich hab irgendwas gecall out. Aber, äh, keine Ahnung, Gott. So. Geht die Zahl vielleicht runter? Ist das so eine allgemeine Energieanzeige, wenn ich die Amped Weapon Systems mach? Geht das dann runter? Ach, scheiße. Ja, Titan ist bei 77% jetzt, glaube ich, aber das werden wir nicht mehr erleben, meinen zweiten Titan, denn, ja, wir haben gewonnen. Äh, darf ich auch nochmal Respawn hier? Ähm.